Aktuelle Aussichten bedenklich. Das wird Evie gar nicht gefallen. Fehler 404. Sarkasmus-Modul nicht gefunden. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Möchtest du, dass ich dich drücke? Diese Logik ist fehlerhaft. Ich folge nur meiner Programmierung. Parkverbot. Polier deine Augen blank. Ambulante Rettungskräfte wurden verständigt. Wünschen Sie eine Situationsanalyse?